Hallo zusammen, ich habe hier eine sehr teure Investition. Also wenn ihr viel Geld habt, kauft euch so einen Scheiß. Das ist ein Weinkühlschrank. Hier kann ich Wein einlagern und das Ding läuft mit einem thermoelektrischen Kühlsystem. Thermoelektrisch, es gibt fünf verschiedene Kühlsysteme, drei sind relevant. Und das Thermoelektrische ist an sich eine richtige Stromschleuder. Wir kennen das aus so Kühlboxen, da mache ich euch dann hier oben einen Link über eine Kühlbox. Die kosten 50 Franken, Euro. Die kann man einmal im Jahr brauchen und wegschmeißen nachher, weil sie hat einen Griff dran. Das ist das Sinnvollste. Aber es gab dann da Kommentare, dass man ja so eine Box nur kurz braucht und da spielt der Stromverbrauch ja absolut keine Rolle. Hier unten mache ich ein Video, in der Endcard, über den Minibar, also Hotelzimmerkühlschränke. Und hier habe ich jetzt einen Weinkühlschrank. Jetzt könnt ihr mir erzählen, dass ihr den Weinkühlschrank auch nur zwei, drei Tage braucht im Jahr. Und dann spielt der Stromverbrauch nicht so eine Riesenrolle. Ich habe hier ein Messgerät. Da zeigt jetzt Watt an. Ein bisschen drehen. Und ich stecke den ein, also hier ist noch 0. Und ich stecke den ein auf... Und jetzt geht es einen Moment. Da kommt die Steuerung. Und dann schaltet er ein. Und der braucht um die 104, 105 Watt pro Stunde. Das ist nicht so viel. Aber das Beste ist, und das seht ihr, wenn ihr hier hinten kein Kompressor habt, nur so ein Gebläse. Und hier auf dem Tippenschild... Hier auf dem Tippenschild steht, dass das ein Energieverbrauch hat von 75 Watt. Also das scheint hier 75 Watt. Ja. Ja, was soll ich jetzt glauben? Mein nicht zertifizierten Messgerät oder der Etikette, die vielleicht auch nicht zertifiziert ist. Wenn wir jetzt wirklich 100 Watt brauchen hier, was realistisch ist. Und der Kühlschrank läuft den ganzen Tag. 20 Stunden. Das mal 356... 65 Tage im Jahr. Könnt ihr nachrechnen. Dann sind das 712 Kilowatt, die so ein Schrank braucht. Ihr wisst, was ein Kilowatt ist. Ein Kilowatt ist ein Kilo Nordseeschlamm. Ja, ein Kilowatt. Ne, die keine Ahnung haben, was ein Kilowatt ist. Die gaben mir so einen Kühlschrank. Die wissen auch nicht, was sie für einen Kilowatt bezahlen. Bei uns bezahlen wir jetzt zwischen 20 Rappen. Dann wären das Stromkosten von um die 150 Franken pro Jahr. Wie dieser Kühlschrank Strom säuft. Wir wissen, bei uns gehen die Strompreise hoch. In Deutschland sind wir dann schon bei 36 Cents. Und dann kostet so ein Kühlschrank, oder teilweise schon 40 Cents. Aber wenn man mit 36 Cents rechnet, dann kostet euch der Stromverbrauch von diesem Weinkühlschrank 250, 260 Euro pro Jahr. Also bei 10 Jahren Betriebsdauer kostet er 2600 Euro Strom. Ich habe vorher gesagt, dass ich so einen Scheiß kaufe, jetzt teuer bezahlen. 2600 Euro Strom für so einen kleinen Weinkühlschrank. Ja, man hat es ja. Hier oben erkläre ich euch natürlich in der Endcard, wie so ein Peltier-Kühlsystem funktioniert. Beziehungsweise auch die anderen Kühlsysteme. Hier unten das Video von den Minibaren. Das gleiche Thema. Und hier eine Kühlbox mit den Kommentaren, dass ich die ja nur mal ein Wochenende oder zwei brauche im Jahr. Der Kühlschrank kam zurück. Ich entsorge ihn jetzt. Wegen zu hohem Stromverbrauch. Ich wünsche euch einen schönen Tag.